Ja, moin Leute, hier ist wieder Devilmaus aka Zeta von TheYoungFamily.de Genau, nein, ich mache heute ein kleines Informationsvideo und zwar wollte ich heute eine kleine Anmerkung machen, wie ihr bestimmt schon auf unserer Website gelesen habt, unter den News. Das bin ich jetzt auch unter myvideo.de zu erreichen, beziehungsweise ich habe da jetzt einen Kanal aufgemacht und will da, wenn ich jetzt wieder regelmäßig dazu kommen sollte, Videos zu machen, die natürlich dort auch hochladen. Ja, für all die Leute, die mich halt nicht kennen, weil ich dieses Video natürlich auch bei myvideo hochladen werde, ist halt, wir sind halt Devilmaus Family, betreiben einen Minecraft-Server erfolgreich schon seit über anderthalb Jahren und sind eigentlich normalerweise recht bekannt. Ja, und erreicht hier natürlich auch über den TS, beziehungsweise wir verleihen auch TS kostenlos. Alle möglichen Informationen dazu findet ihr auf unserer Website, TheYoungFamily.de. Wenn ihr darauf sein solltet, könnt ihr natürlich auch gleich mich bei YouTube anschauen, wenn ihr wollt und falls ihr da auch einen Account habt, könnt ihr da mehr Videos sehen, also da sind schon über 100 Videos halt hochgeladen. Ja, unseren Teamspeak, die ID findet ihr auch hier auf der Website, wie gesagt. Unseren Minecraft-Server findet ihr halt die IP auch hier, wie ihr seht. Also, s.youngfamily.de, äh, Doppelpunkt 32741, das ist halt, äh, Report. Ja, ansonsten, wie gesagt, ihr findet mich halt, wie gesagt, bei YouTube. Ähm, ich hab halt, wie gesagt, etwas über 180 Abonnenten. Oder beziehungsweise jetzt gerade 180 Abonnenten und, nein, das Video auch früher seht ihr ja. Äh, wenn ihr Lust habt, äh, könnt ihr uns ja gerne mal dort auch besuchen und eure Meinung dazu abgeben. Wie gesagt, es ging jetzt halt darum, ich bin jetzt auch bei myvideo und das war's schon. Ciao! Ciao! Ciao!